Herzlich Willkommen in der Welt der Interaktiven Geschichten. Ich bin Helge und das hier ist Hellfire. Boom! Boom. So. Es geht weiter. Wir sind hier in diesem Level 2 von den Krypten. Ein extra Level. Ganz viele leere Räume hier. Ich meine nicht, dass ich mir die Viecher wünsche. Kommt drauf an. Manche sind okay. Die Ratten sind okay. Die machen Fun. Sonst gibt es auch diese rote Dinger. Die sind auch ganz okay. Sonst sollen sie ein bisschen stärker sein. Aber blöd sind eben die, die wegrennen. Weil die kann man ja natürlich... Also man kann ja natürlich hinterher... Das, ne? Also schießen und wegrennen. Das ist ja eine magische, großartige Verbindung. Ja. Da müssen wir uns leider ganz weit verstecken. Oh. Da kommt die eine. Und die zweite. Und... Wir nehmen uns wieder kurz weg. Am besten drehen wir die so rum. Und erfolglos versuchen zu vermeiden, dass er zu weit weg ist. Kommt schon! Sehr viel Frustpotenzial. Für die Leute die erste jetzt einschalten. Die andere neue Quest ist schlimmer. Hier ist immer noch schlechter, aber zumindest sieht man die. Das macht kein Fun. Das sieht so aus, als würde man vergessen. Hier weiß ich nicht. Irgendwas einzubauen. So Bücher, Regale oder was auch immer. In diesen Räumen. Ist ein bisschen komisch. Wo? Ok. Uhhh. Ok. Ok. Ah, da ist ein Neue. Oh, da genau. Ich habe das Glick in her head, ich habe das Glick in her head. Ich werde gebissen, klingt so wenigstens Ah, übrigens, ich habe hier ein Amulett gegen Leitkneed Weil einer hat extra Resistenz gegen Leitkneed und der andere gegen Magie Und dann denke ich mal, ich könnte sie beide einfach parat haben Und je nachdem, was für Pizza so kommen, sehe ich den einen oder anderen an Ja Genau, die Tür schließen Präsentlich Grundlos Ah, und wegen Portal Ja, wir werden nie wieder ein Portal nutzen können, weil ähm Was das macht, ist äh Spells decrease two levels Das heißt, wir mussten eigentlich noch zwei Portal-Bücher lesen Weil jetzt stehen wir ja auf minus eins, ne Ach, zwei patatatat Wie läuft das hier? Hm Da war noch, ne Da war noch, ne Das hat sich tatsächlich mal verfehlt, ne Das erdet ja nicht unbedingt so mit Fun Das kann man auch nicht hier rüber, ne Das kann man auch nicht hier rüber, ne Ja Komm schon Komm schon Leute, wieso? Das Problem ist nicht nur, also bei den anderen war das so, die schießen und die gehen weg. Aber... die sind nicht so gefährlich. Aber die alten Opas sind schon ein bisschen stark. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. mein Gott. Oh, 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 unglaublich. Wow. Oh, 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 Ja, 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 ja. ist das jetzt schon die andere treppe da ist noch fun to be had ok aber ich höre kein feuer wunderbar der haben wir genommen ja nicht denn muss eigentlich recht sein Ah, okay. Let's fall. So. I will keep my contact. I will keep my contact. Ah, let's go. Ah, let's go. The name fills me with a cold dread. I prefer to think of it only as the creature rather than ponder its true name. Okay. Der hat so viel Angst von dem Namen Nacral, dass er das besser finden würde, wenn er nur das Kreatur nennt. Und er wollte das alles erforschen, aber dann die anderen kleinen Kids haben dann seine Blöcke zerstört. Tja. Die sind so gemein. Aber natürlich. Siehst ihr was? Wir müssen noch ein paar Liter Dingens kaufen. Leben. Hello, my friend. Stay a while and listen. Das ist sehr gefährlich hier. Amulet dafür, dass wir haben. Okay. What ails you, my friend? Das ist gut aus. Kann sein. Gehen wir noch ein bisschen Gold über. Gucken wir mal, ob wir so ein Axelier auf irgendwas kriegen können. Axelier auf Vitalität gibts ja gar nicht. I sense a soul in search of answers. Okay. got da gar nicht. Haben wir ein Portal. Ja. So, und jetzt diven wir nochmal in Action. man gewinnt sich voll schnell daran dass er rennen kann ekelhaft wo gehen wir hin ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung Nein, 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 nein Das war's für heute. ich freue mich drauf wenn die alle weg sind ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung Ah, ich habe keine Ahnung Ah, ich habe keine Ahnung Oh mein Gott der letzten kommt schon wieso jetzt haben wir mal kurz oben wenn wir mal vitalität okay Okay. Ah, hier. Okay, cool. Die leeren Räume. Ah, ja. Besser leer als mit diesen Feuerviechern. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ja, es gibt ja keine Weile mehr. Der Tote ist ein Stück nach vorne. Der Tote ist ein Stück nach vorne.